Bei der professionellen Aufbereitung von Z-Saatgut ist höchste Sorgfalt gefordert. Das Saatgut wird nach der Anlieferung gewogen, in mehreren Schritten gereinigt und gesiebt. Die Beizung schützt den Keimling später vor Krankheiten und sichert gesunde Bestände. Geschulte Mitarbeiter kontrollieren und dokumentieren den gesamten Prozess bis zur Absackung des Z-Saatguts. Eine große Herausforderung für die Produktion von Z-Saatgut ist für den Handel das enge Zeitfenster zwischen der Ernte und der neuen Aussaat. Eine frühe Bestellung des Landwirts kann uns dabei unterstützen, das Saatgut rechtzeitig zur Aussaat zu liefern. Ein optimales Zusammenspiel von Produktion, Vertrieb und Logistik garantiert die termingerechte Lieferung des Saatguts an den Landwirt. Das Besondere bei der Z-Saatgutproduktion ist die garantierte, kontrollierte Qualität, die man am amtlichen blauen Etikett erkennen kann. Das blaue Anerkennungsetikett enthält wichtige Informationen zum Z-Saatgut und ist ein klares Zeichen, dass es nachweislich den gesetzlich zugesicherten Qualitätsanforderungen entspricht. Das abgepackte Z-Saatgut steht nun bereit für den Verkauf und die Aussaat durch den Landwirt. Das abgepackte Z-Saatgut.